um und herzlich willkommen zu einem neuen tritt und zwar erkämpft meint auf 1 so jetzt ist es noch zurzeit und zwar mit dem K war er nicht wahr so ich hätte das war so hat es auch naja musste ich mal machen. Ich muss nicht zuvorkommen. Ey! Toll, jetzt hast du den Erfolg. Ja, ist doch... Au! Sorry, ich wollte abbauen. So, krieg ich gleich das Holz? Ja, warte da. Aber diesmal müssen wir sparsam mit dem Holz umgehen. War mir doch letztes Mal... Ja, du... Zählt er jetzt? Ja, weil wir haben das jetzt das zweite Mal schon aufgenommen. Ja, beim ersten Mal... Naja, sagen wir jetzt mal so... Und das Server liebt uns. Ja! Humba, 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 Humba. Humba, Humba. Bereit, für nächstes Humba, Humba? Ja. Ich trab mich schon mal runter. Humba, 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 Humba. Das muss austanzen. Ich trage uns gleich runter, weil ich komme da besser voran. vorhanden als das mit dem Baum machen um warum 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 war ich hab die Spitzsache ja warte nimmst du die du bist er genau das ist ein Experte wenn wir schon mal arbeiten sind es muss noch mal warum man nicht mehr hier Reis um warum 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 so und nach war und war um er kam jetzt nix Hühnchen so ein Grund aber ein Schritt alle da hat er lassen und mein Vater hat mich gerade erschrocken Prozent Prozent der ja 8 2 Schmerz hat hier es sind keine Umbermeer hier nicht da hinten ja vom Hähnchen wir haben doch ein Hühnchen zu rupfen die Römer sind er baum hast du wie er beim letzten Malen direkt und und dann brauchen wir um nichts aufbauen er hat sich schon auf jeden Fall so hat er um warum 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 das ist so wichtig er sagt aber auch gemacht ja müssen wir das jetzt eigentlich nachmachen das sind die ja müssen wir warten ich habe Spitzsacke wir warte ich habe hier da kannst du das schon die Plattform aus füllen wir sagen ich hier und das schon mal weil ich weiß es schon ungefähr wo alles ist jetzt leider weil wir haben es halt gerade schon alles aufgenommen nur ja das erwartet ja dieser Fahrt und ist wortwörtlich verarscht ich fühle mich verarscht vom Server ich schlau st ich glaube Eisen war in die andere Richtung als ich gerade jetzt genau von Eisen weg ich bin aber auch egal ja ich weiß ja ungefähr wo alles ist und um weiß dass ich ich machen will um ich will nachher die gegen die ich hier gerade baut wie er zu bauen und da eingraben wie ich bauen ja hier du weißt ich meinen von wegen um die leitern ja er ich hier weiß und was du ich weiß und was du meinst nein was zu meinen ja ich habe unsere Höhle gefunden gut weiß dass das heißt Humbakohle 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 da wird ich Kohle HBH er hat das gehört bekommen mein Wissert Humbau Bumba die ich er das sei schön doch ich habe mich aber glaube ich genau gleich runtergegraben wie vorher ja Jan bist du noch da ja gut was machen du da gerade er hat was gesagt was machst du so gerade ich versuche heute Hashtag Werbung auf den Bergwerk Laps Server zu kommen für wen machst du Werbung Bergwerk Laps Hashtag Werbung also keine Werbung aber ich will da drauf kommen und der ist voll von 600 Slots in 650 Slots belegt ja das geht zu einem Plan genug ja aber ein bisschen viel vor allem letztes Mal hat man elf ne neun Stück neun hier ich habe nur sechs Stats Erfolge um muss sie schmal ein bisschen mit aus Bochmeisen unbedingt also die erste Welt ist einfach so überfüllt Prozent ist das Bergmann Server oder ja der ist Bergmann da kannst du dir aber auch kein Premium holen im Moment warum neun YouTuber Rang ja glaub ich jedenfalls tausend schaue ich diese Woche noch sagst du komm ich habe heute Sonntag wir haben heute Sonntag das packst du nicht doch Hashtag Algorithmus sagen wir er packt das nächste Woche sagen wir er abonniert sich selber dann packt erst das ist logisch er guckt dich mal an wenigstens kann er sich abonnieren oh er war so schlecht weil ich keinen Kanal hab oh soll ich dir mal erklären wie das geht ne ich brauchst du was nicht dann kannst du nicht den abonnieren haha ja ich hab einen Account aber ich hab keinen Kanal ich hab mir keinen Kanal dazu gemacht weil ich keinen brauche weil ich keine Videos hochladen will er darfst du ja nicht und warum hat das an die du warst es nicht ich habe das ist ein Pär necks ich hab nur laut gedacht laut denken du musst das nicht mehr haben die Monster Anja ja ja guck mal auf deine Hunger leisten ja okay was gerade die Fikultier machen irgendwie immer mal Slash Hunger weg ein um warum 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 war was ist so Hunger um und ich würde sagen hier unten wo ich gerade schon rot rumgegraben abkommt aber auch noch eine Etage bis dann sozusagen unser kleiner Keller ja ich machte noch lange warum finde ich keine Städte reisen er stellt als sie herstellt schnauze herstellt also das kohle er stellt warum finde ich ganz er stellt das soll das er stellt das ist er stellt ich habe heißen wir brauchen die Welt waren nur noch um einen Fall größer dafür Moment Jake welcher Erfolg hat man beim letzten Mal Goals ähm schluss Folge ich kann mal eben gucken Eventur dreimal auf Holz gekloppt Fortschritt ist Fortschritt Fortschrittliches Handwerk dann geht auf zu den Waffen technischer Fortschritt Prozent offen er heiße Angelegenheit ja dann können wir auch die Eisen abbauen schon haben die schon offen um warum 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 und wir haben alles hier dazu bekommen und welches schweinchen so mal gucken kann kann ich das jetzt unten abbauen schon wir müssen doch noch einmal noch erweitern was wir hatten noch er noch einmal und ich tippe Monster Jäger warte 60 mal als Koffer Steinspitze gerade nicht Schatz haben wir noch Holz nicht genug Schatz es ist das ist so gemacht gar nix kann man auch immer da ich war ganz Katzen meiner Folge sehen was ist ach genau das so stimmt ja abbauen was heißt was ich bin ich bin ja ein gelbes Haft ist was heißt ich habe mir richtig ist alles gegessen ich gucke mir gerade meine Lieblings-Texte-Tex an Warte, wir können Eisenabbauern, bist du gerade von Bad Leicht? Warte, tu, 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 wir haben Holz, wir haben Holz, ja, da kann ich also jetzt ein Holzfahre beraten wohl noch weil ich hab auch eins Ja, haben wir schon Kohle? Ja, wir brauchen ja nur ein Eisen Kohle, 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 Kohle Bist du bereit? Wird hier anders Kohle falsch Scheiß drauf, sich's besser Kohle, 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 Kohle Okay, ich nur weiß, wie das wird Wobei das auch eigentlich Schatz war Bereit? Ja Da! Ohm, Boh, Bohm, warum, 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 mau, warum, 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 warum gut Char determining das aus Vor来 um war es nicht auch eine Eisenspielzacke Eier ich sehe es auch schon die nächsten Erfolge ja was denn du Klaus mir doch aller Folge ja weil ich die zufällig hatten zuerst braucht weil sonst können wir es nicht machen ja du hast recht ich nehme alles zurück wir wollen hier unten Licht ja ich guck grad was er haben wir um zwei Kühe oder drei ich guck kurz zwei ja nur zwei wir brauchen noch ein Eisen wo hat sich denn noch Eisen bekommen keine Ahnung ich könnte jetzt mal gucken nur jetzt fliegen uns hier die Hühner in die Bude rein oh hoppla hat ein Block zu viel abgebaut weiß dass ich kann überlegt soll ich gleich ernst auf meiner Folge gucken Eisen du kannst das nächste Wort Ding machen und ich habe genug Eisen damit ich gleich eine Eisenspielzacke bei unten ist ja noch Gold Tönlich Spoiler aber guck mal guck mal wie viele Erfolge ich habe wir haben diesmal ein Erfolg mehr als letztes Mal sogar nein letztes Mal hattest du elf und ich drei äh neun in der ersten Folge hatte ich neun ja und ich auch ein hoch 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 guck mal wie viele Erfolge ich jetzt habe und ich krieg gleich wieder einen du hast immer noch neun ja und wenn ich jetzt noch einen krieg die Erfolge die Erfolge damit besser als letzte Folge ja und wir brauchen unbedingt Essen es brennt es brennt es brennt ja ich kann einen Eimer machen dann kannst du die Fahrer machen t so ich guck dann mal eben noch nachdem ich bereits hier schon alles vor um und um kommentiert auch dort ist ja auch noch an glücklich oder guck mal nach ja mach jetzt einfach mal aus um wie oft kann äh kannst du nochmal Wasser holen einmal ich hoffe das reicht drei Bilder Wasser ab hat man letztes Mal um die kraft sind ich weiß das ist jetzt ein bisschen peinlich aber wie kraftet man noch mal zu einem kann ich gleich mal machen das Geld das das war uns wollen hier oben wieder keine Ahnung wir haben drei Hühner darf ich entschlachten n n warum nicht wir brauchen noch einen Samen mehr genau also ich brauche wie viel Samen hast du äh unten in der Truhe sind noch einige ok und zwar fünf mh ok können wir dann machen warte Humba bereit ja hast du noch Holz äh Kiste scheiße mit er sagt nein ich hab das alles zu steckern gemacht ja brauche ich zwei Stück ich hab 20 noch so danke was das daraus jetzt gemacht wird ein Humba hoffentlich äh ich hab ne Eisenspitze gemacht und es kam nix war das nicht beim letzten Mal nein nur spielen ah ne scheiße du musst ein Eisen schmelzen haben wir schon aber ich kann jetzt in seinen Eimer machen hast du schon mal die ausgehöhlt ja ja es war vier Felder war das ja vier Felder okay ähm ich werde glaube ich auch Mord-Counter reinmachen damit man sieht wie viele Viecher man er ermordet hat oder mach ich mal schnell ja Skor Bart Objectives et Morde nichts machen bitte nein ich dir nur runter oh es leckt der Chat leckt achso yo Morde Morde To Tartk mal gestorben aber das ist auch nur weil der Bastard weil der es war nicht meiner Folge also und was jetzt nicht ein Bastard nein 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 ich weiß dass noch fünf HP warte nein nein ich habe noch zwei Jahre herrn nein ich habe nur noch zwei halb Herzen wegen dir das war auch nicht schweizschweig es ist die Lieder der Becher der Sorte die Gäste generieren können so jetzt habe ich zwölf Fakten gemacht und gebe dir keine einzige ab man macht doch ich kitzte Leidig die gut steckte ich dir jetzt und zwar keine Ahnung und immer nur an ein und der selben Stelle gut entsetzen leider mal keine abgenommen das Wasser die scheiß ich verhungere jetzt ernsthaft ja ich hab nur toll Scheiße so wieder was soll es gerade gesehen äh ich weiß hier ich hab die Hau guck mal pflanzt du an kannst du die Samen einmal reinstecken er hat sich für sie kurz ja zappt sie ich will sie ich verhungere und sie nicht Schuss Schuss warum nicht keine Ahnung ich guck mal eben welche Erfolge wir noch machen können gut also ich schon weiß wir können auch das mit den Schienen machen das ist der Letzten da war schon mehr als Skelett gespawnt am helllichten Tag ja ich war gerade unter Erfolge ich auch ist ein Hacker heilige Scheiße und immer nur in dieser Ecke muss ich dazu noch was sagen guck mal auf du hast mich gekillt ich hab da draufgeschlagen ich hab aufgeschlagen m m hier ich hatte noch Steine und fackeln m und und gut da liegt noch ein Zeppling ich komme einen langen Folge schon geht wir haben noch 35 Sekunden fahrzeichen 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 ja genau gleich zwei ne ach du heilige Scheiße ich würde sagen jetzt reicht das man wer aschen verpisst sorry Alter nicht schlagen nicht schlagen jetzt müssen wir echt du brauchst nicht sterb sonst jetzt ich hab noch eine halbe Keule und mal arm ich schätze anrufen bist du bereit Jo warte oh scheiße und beim Skritschern ich sage sie selber zur nächsten Folge Halt Maul doch bis zur nächsten Folge du hast eher meint? du hast immer ents checking nein du hast mein du hast dich